Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zurück hier bei euren Fußball-Amusiertabletten. So, Training. Nein, jetzt habe ich das Training beginnen gemacht. Ach, das ist Chancenarbeitung. Hm, ich glaube, das kann ich. Vielleicht kann ja der Grüne dann mal zeigen, was er kann. Zack, drin ist das Ding. Guck mal, wie war das nicht schön? Oh, was eine herrliche Kombination. Und an die Latte, alles klar. Alter. Vorbei. Ach, Kacke. Uh, der war schön. Oh, der war schön. Schön gemacht. Oh, der war auch schön. Komm, lauf ein bisschen, lauf ein bisschen. Ja, okay, gut. Das war jetzt nicht so gut erspielt. Ah, knapp vorbei. Ach, Kacke. Nein. Ah, das war blöd gespielt. Ah, das war schön gespielt, aber eben auch nicht suboptimal. Ach, da stand einer am Tor drin noch. Das wusste ich jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. Ja, das war gut mit dem Kopf. Ah, das war blöd. So, vorbei. Letzte Möglichkeit. Uh. Ach, schade. Aber exzellent gemacht. Also von daher... Ähm. Nicht, wenig, wenig. Scheiße. Äh, wartet. Die kann ich abbrechen. Die mag ich nämlich nicht. Beenden. Ja. Wenigstens haben wir Grüne zu einem ganz schönen Sprung verholfen. Immerhin. So, alles simulieren. Der Rest muss simuliert werden. Tut mir leid, Leute, dass ich das mitteiligen musste. Sorry, sorry. War nicht mit Absicht. So. Wir sind soweit. Danke, Chef. Danke, Chef. Ich hoffe, ich kann den Vertrauen zurückzahlen. Alles klar. Die sind froh, dass ich es mal wieder eingesetzt habe. So, Silke ist gut drauf. Moor wird jetzt durch T-Rodde wieder ersetzt. Weber geht in die Offensive. Aber Green kommt auf die rechte Seite. Hidden Start bleibt. Henrichs bleibt. Groß weicht jetzt erstmal wieder Subiech. Und wir werden auf jeden Fall auch C-Eis wieder einsetzen für Redsos. Wobei wir dann zusehen werden, dass wir natürlich Groß... Ja, Groß ist schon drin. Alles klar. Finne bleibt. Kommt für Pico. Kedira kann ja mal für Abivor rein. Ja, eigentlich müssten wir Subota rausnehmen. Das spielt eigentlich kaum noch so richtig eine große Rolle. Und die anderen lassen wir drin. Bubala könnten wir höchstens noch reinholen, aber... Naja, ich denke, das passt erstmal so. Von der Aufstellung her sehen wir ganz gut aus. So, und dann können wir eigentlich auch ins Spiel gehen. Als genug Zeit verplempert. Dadurch, dass wir ja jetzt hier auspassen, dass wir dieses kleine Trainings-Internet so hatten. Ähm. Was mir, wie gesagt, sehr leid tut. Zack. So, können wir direkt... Jetzt können wir ins Spiel gehen. Gucken wir mal. Weil sich das jetzt gleich darstellen wird. Gegen Schalke ist es ja doch auch ein ganz klein wenig anders. So, Anstoß. Rechtsseite. St. Pauli. Green. Und noch Wienstart. Wienstart in der Indie-Mitte. Tirodde. Da schon bedrängt worden. Das könnte schon mal so ein bisschen vor... ...vors Spiel schon mal die Richtung zeigen. Foul. Henrichs hier mit dem Körper dazwischengestellt. Erstes Problem. Ja, oder minder. Dass wir jetzt so mal... ...so ein Ding ins Außenhalbfeld hier kassieren. Flupp. Tirodde. Sich den Ball genommen. Extrem cool. Wie das Spiel hier sich verlagert hat. So. Ach, zu steil. Ja, suboptimal geklärt. Gucken wir vielleicht noch die beste Idee. So, gucken wir mal... ...dass wir den Ballbesitz nicht leichtfertig herschenken. Genau. So nämlich. So, jetzt haben wir den Ball... ...einer zwischengehen kann. Das wird dann interessant. Ah, hier hat es sich mal angedeutet, dass es versucht wurde. So, und Duciac hat hier tatsächlich es geschafft, den Ball abzulaufen. So, mögliche Positionen für schnelles Umschaltspiel. Oder auch nicht. Ah, das wäre interessant geworden. Da so die Schnittstelle zu finden. Und da entsprechend dann natürlich auch zu sagen, so, Spiel da rein. Aber nicht so. Prost! Uh, und gewaltiger Schuss. Oh, das war ein kleiner Bomber. Oh, schön vorbeigelegt hier. Oh Gott, das habe ich gar nicht gesehen, wo der Ball hingekommen ist. Und Deng sah da ehrlich gesagt auch nicht ganz so glücklich aus, dass Meier da abgeschlossen hat. Da hat er sich aber auch echt durch das Halbfeld gewurschtelt. Ich glaube, es war sogar ein Bolo, der sich da durchgewurschtelt hat. Ich bin mir nicht sicher. Und dann dieser tödliche Pass nach oben. Und da sah Deng auf den kurzen Pfosten nicht gut aus. Hier sehen wir es nochmal. Ne, da muss Deng mehr machen. Und so geraten wir in den Rückstand, 26. Spielminute. Ach, diese Ungeduld auch immer. Hoppa! Vorbei gesegelt. Ah! Und wenn es denn mal schnell gehen soll, ne? Segelgut mitgearbeitet nach hinten. Geschubst worden. Ein bisschen hin und her geschubst worden hier. Los. Ah, der Ball war zu leicht, zu schnell weg. Und Embolo, dieser Flitzekleine. Da ist er unterwegs. Da ist er wieder unterwegs. Und, ah, ich krieg nicht den richtigen Spieler. Green. Ne, Silke. Jetzt auf und davon. Auf und davon. Mit Weber. Weber! Oh! Da kam die Grätsche genau zum richtigen Zeitpunkt. Kann man ja nur sagen, wie es ist. Ah, der Pass von C. Da ist da, just in dem Moment nicht der Beste weiterspielen. Henrichs gut gemacht. Subiach. Hier auf dem Vormarsch mit Green. Green. Muss den Ball auch weiterspielen auf Silke. wieder Ping-Pong aufgelaufen. Ah, Silke mit wenig Kraft. Ball in's aus. Ball in's aus. Ein Wurf. Für St. Pauli. Und jeden Start auf der Außenbahn. Abgelaufen von Schupo Moting, der da sehr gut seinen Körper eingesetzt hat. Und dann steht es eben 0-1 für Schalke. Munteres Spiel. Auf beiden Seiten geht es immer so ein bisschen hin und her. Körper betont ist es auch. Also es ist jetzt nichts, wo man wegsehen müsste. Ach, und da waren wieder sich die Spieler alle gegenseitig im Weg. Und Goretzka mit dem Ball drüber. Ping-Pong gespielt in der Hintermannschaft. Das war natürlich dann nicht so optimal. Green verteilt. Ja, und der ab, die Flanke war da natürlich suboptimal. Und jetzt müssen wir gucken, dass es hier nicht zu einem schnellen Konter kommt. Gut gemacht von Subiech. Und jetzt bloß die Ruhe bewahren und die Nerven bewahren. Denn wir können uns das nicht erlauben, dass wir dann, wenn wir den Ball schon mal gewonnen haben, ihn direkt wieder verlieren. Oh, schön gemacht von Green. Und wieder Rückwärtsgang, weil abgefangen. Nee, das ist dieser Moment, wo ich sagte, da kann man den nicht, uns auch nicht erlauben, dass wir den dann wieder so verlieren. Weil so viele Möglichkeiten zur Abwehr haben wir auch nicht immer. Und denken, jetzt hat er es gut gemacht. Fehler von vorhin wieder ausgebügelt. Und Green, Füße dazwischen. Hier versucht den Ball zu halten. Ecke für Schalke. Auch die wieder kurz ausgeführt, abgeblockt und nochmal Ecke. Ja, diese Varianten sind gefährlich. Wir müssen natürlich gucken, wie wir gleich unser Wechselkontingent ausschöpfen. Silke. Ball nach draußen, wieder Meier. Ah. Da waren wir mal dran. Zieheis. Ball rausgeköpft, nochmal Ecke. Eckenfestival für Schalke. Und natürlich müssen wir langsam zusehen. Und, oh Gott, Schöpf steigt am höchsten. 0 zu 2 für Schalke. Ärgerlich für uns. Für Schalke ist das natürlich wunderschön. Für Groß kommt nun Khedira. Für Green kommt Diaz. Und den Rest schauen wir dann mal, wenn es soweit ist. 0 zu 2. Komfortable Führung für Schalke. Zicke, 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 hoi, hoi, hoi. Und die Rodde. Und die Mannschaft abgedrüht von Schalke. Im Gegensatz zu unserer. So, müssen wir mal gucken, wie wir die Bälle hier am Besten verteilen. Und aktuell stellt sich das schwierig dar. Ah, und reingegrätscht, gerade als ich den Ball, oh, der Schützrichter gehört nicht zu uns. Zack, gelegt worden. War alles im Rahmen, alles im Rahmen, alles im Rahmen des Erlaubten. Seer Eis. Raus den Ball. Mal den Ball rausspielen. Mal über ein paar Ecken und Kanten spielen hier. Und mal den Ball unter Kontrolle bewahren. Das wäre schon schön. Aber nö, denk. Und die Schalker können machen, was sie wollen bei uns im Strafraum. Duziak. Ball rausgeschlagen. Aber Mbolo. Immer wieder dazwischen. Und immer wieder super schnell im Umschaltspiel. Oh Gott. Da wollte ich gerade passen und verliere den Ball. Und das sind dann auch wieder diese Momente. Wo man merkt, da läuft nichts zusammen. So für Segel kommt jetzt mal Finne rein. Tirolda hat immer noch die Chancen auf die Torjägerkanone. Deswegen bleibt er erstmal. Weite Abschläge. Und da liegt ein Spieler auf dem Boden von uns. Das ist natürlich nicht so optimal. Hoffentlich nichts Schlimmes, denn ich habe nicht so viel Ersatz. Vorbei. Abstoß. Wer hat sich verletzt? Finne. In der 85. Minute eingewechselt verletzt. Ungünstig. Ach. Und die sind aber auch dabei hier, uns immer und immer wieder die Bälle abzuluchsen. Finne. So, jetzt aber. Finne. Finne ist durch. Finne. No. Und direkt den Torwart anschießen. Das geht natürlich nicht. Und vorbei. 0 zu 2 verlieren wir hier gegen Schalke. Ei, ei, ei. Ärgerlich. Aber man muss es lassen. Schalke hat hier die Chancen einfach um einiges besser genutzt als wir. Deswegen geht das hier auch vollkommen in Ordnung. Ich hoffe, Finne ist jetzt nicht schlimm verletzt. Naja, okay. Alles gut. Hat sich nicht doll verletzt. Das sorgt aber bei uns dafür, dass wir zumindest wieder abrutschen. Dann müssen wir natürlich abwarten, was unsere Konkurrenten machen werden. Ich bedanke mich aber erstmal bei euch fürs Zusehen. Ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen könnten. Euer CrunchCosack. Bis dahin. Haut rein. Tschüss.